Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Zucken. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Zuckt, zuckte, ist gezuckt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich zocke. Du zuckst. Er zuckt. Wir zucken. Ihr zuckt. Sie zucken. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich zuckte. Du zucktest. Er zuckte. Wir zuckten. Ihr zucktet. Sie zuckten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich bin gezuckt. Du bist gezuckt. Er ist gezuckt. Wir sind gezuckt. Wir sind gezuckt. Ihr seid gezuckt. Sie sind gezuckt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich zucke. Du zuckest. Er zucke. Wir zucken. Ihr zuckt. Sie zucken. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich zuckte. Du zucktest. Er zuckte. Wir zuckten. Ihr zucktet. Sie zuckten. Den Schluss macht der Imperativ. Zucke du. Zucken wir. Zuckt ihr. Zucken sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb zucken. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Vielen Dank.